Guten Tag Hanspeter, sehr schön, dass wir hier zusammen ein Interview machen dürfen. Mir würde es eigentlich gut finden, wenn du am Anfang noch kurz etwas zu der Helvetia, zu dir und vor allem ein bisschen sagen, wie und wo setzt Helvetia Video-Telepresence-Systeme ein? Dankeschön Markus, ich freue mich, dass wir hier zusammen das Interview machen dürfen. Helvetia ist eine Schweizer Allbranche-Versicherung mit rund hier in der Schweiz 3'400 Mitarbeiter. Wir haben zwei Hauptsitzes, der eine hier in St. Gallen, das ist der Hauptsitz der Helvetia Gruppe und wir haben den Hauptsitz in Basel von Helvetia Schweiz. Nebst dem haben wir Auslandgesellschaften im angrenzenden Ausland und Spanien und auch noch einen Bereich im asiatischen Raum. Ja, aus der Rekonstellation sieht man schnell St. Gallen Basel, das ist das eine Einsatzgebiet, wo man das Videokonferenz oder die Videokonferenz nutzt, schon länger eigentlich. Wir haben hier Raumsysteme im Einsatz, alle grösseren Meetingräume sind mit Videokonferenz ausgerüstet, aber auch relativ viele persönliche Systeme, EX-90 und neu natürlich die EX-80, die man für den direkten 1-zu-1-Kontakt braucht. Wir haben gerade in St. Gallen Basel eine sehr starke, übergriffene Zusammenarbeit. Nebst dem aber auch innerhalb von Europa wird das stark genutzt. Ich glaube, da können wir nicht mehr auf diese Systeme verzichten. Gerade heute, wo man versucht, die Reisetätigkeiten zu reduzieren, ist das das perfekte Tool, um sich gegenseitig auszuschen und Meeting abzuhalten. Sehr gut. Jetzt ist die ganze Technologie und Kommunikation stark im Umbruch. Wo schaust du die Herausforderungen der nächsten 1-2 Jahre, gerade im Bereich von Videokollaboration an? Wo siehst du das so? Ich glaube, man merkt hier ein starker Trend, auch richtig Cloud-Lösung. Das spüren auch wir. Im Moment sind ein System entweder am VCS oder am Call Manager registriert. Mit den neuen Geräten, die von Cisco, Cisco Spark oder HomeKit oder auch Spark 55, die ja jetzt eben Spark-fähig sind. Oder auch die neue CE-Soft R9-1, die Spark-fähig ist. Da kommt auch für uns die Frage, wie wir die Systeme zukünftig anbinden. Im Moment sind die noch Call-Matcher registriert. Wir können externe Calls machen, via Expressway oder auch externe Entgegennehmen. In diesem System kann hier direkt angerufen werden. Aber ich denke, der Cloud-Lösung ist sicher das Thema der nächsten Jahre. Wir werden ja noch etwas über Partner und Partnerschaften sprechen. Mich würde es interessieren, was für euch in diesem Bereich einen guten Partner auszeichnet, bzw. was ist wichtig für euch, wenn du so auf einen AVO-UC-Partner schaust? Was muss das bringen? Ich glaube, die Frage ist gut angeknüpft. Ich denke gerade an die Themen, die wir vorher besprochen haben, die Trends. Da denke ich, ist wichtig, dass einen der Partner begleitet. Aufzeigt, schaut, da sind die neuen Sachen, die da kommt. Das sind die neuen Systeme. Das sind die neue Software, die und die Features. Dass wir dann wiederum bei uns intern relativ rasch vorstellen können, je nachdem auch vorstellen oder eben auch implementieren. Oder mal in einer Pilotphase, dass vielleicht dem Partner auch zur Verfügung steht, z.B. für ein Pilotprojekt. Vielfach möchte bei uns auch das Management oder die Verantwortlichen sehen, was die neuen Systeme können. Dass man da immer die PilotInnen abbilden, mal live zeigen kann. Ich denke, das ist wichtig, dass uns da der Partner auch up-to-date hält. Jetzt dürfen wir als Unternehmen Kilkenmann ja schon einige Zeit mit euch hier unterwegs sein und viele Sachen miteinander realisieren. Ihr lobt mir noch zu fragen, was sind denn so die Punkte, wo Kilkenmann für euch vorteilhaft ist, was aus dem Unternehmen Kilkenmann kommt? Ja, ich glaube, wir dürfen da ganz ehrlich sagen, wir haben wirklich eine gute Zusammenarbeit. Wir arbeiten jetzt seit 2014 zusammen. Wir haben bei der Firma Kilkenmann einen verlässlichen Partner. Das ist wichtig für uns, weil diese Systeme sind zentral im Daily Business. Wenn das nicht läuft, dann ist das Business blockiert. Da dürfen wir wirklich ganz ehrlich sagen, wir haben einen sehr guten Support von der Firma Kilkenmann, wo wir dort ansprechen dürfen. Unkompliziert. Man kann direkt Kontakt aufnehmen. Man hat eine schnelle Lösung. Wir haben vielleicht auch einen Workaround, den man halt machen muss, wenn es dann gleich verfügbar ist. Aber da darf man wirklich ganz auf einen super Support zählen. Was ich auch zu erwähne, ist, was ich immer wieder auch höre und sehe, sind sauber Installationen. Also wenn man Systeme installiert, die, die vielleicht fix sind, dann sind die wirklich sauber installiert. Das sieht nachher professionell aus. Das ist noch wichtig, auch in den Sitzungszimmern, dass das eine saubere Sache ist. Ich glaube, das ist auch der Punkt, wo sich die Kilkenmann von den Mitbewerbern abheben kann. Eben durch einen wirklich guten Support. Wir schätzen diese Zusammenarbeit sehr. Besten Dank. Also, merci, unsere Zeit ist schon abgelaufen. Aber eine herzliche Grüße auf St. Gallen und noch einen ganz schönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich schon bald wieder einmal.